Level 2 minus 97.2 Trikaya Trikaya kommt aus dem Indischen und heißt 3 geteilt Ich habe das Lied so genannt oder die Übung Ich spiele am Anfang die ersten zwei Viertelnoten als Triolen Dann wieder zwei Viertelnoten, dann wieder Triolen und so weiter Das seht ihr auf dem Notenblatt Wir zählen sehr langsam und zählen dabei 1 und 2 und 3, 4 1, 2, 3, 4 1 und 2 und 3, 4 1 und 2 und 3, 4 Eins und zwei und drei, vier, eins und zwei und drei, vier. Ich habe also gemerkt, das sind ganz schöne Unterschiede zwischen Viertelnoten oder Achtelnoten bzw. Triolen.